Ich kenne alle. Eiger, Mönch, Jungfrau, Mütliberg. Das ist schon der schönste. Hoi zusammen, ich bin Michael von Zürich und die zwei Einheimischen machen aus mir heute einen richtigen Grindelwald. Was hat das da gesagt? Ich habe noch nichts verstanden. Ich glaube gut, oder? Haben die Gondeln 1982 von den Sowjets gekauft, oder was? Ja weisst du, als die ersten Russen auf den Grindelwald kamen, hat Schleppi Bruno auch gesagt. Als Armee wäre es mir lieber, dann könnten wir wenigstens erschießen. Schleppi Bruno ist nicht von hier, der ist von Meeringen gekommen. Ich habe immer das Neuesten und das Beste. Steckli-Ski, Mammut-Hosen, immer der neuste Scheiss. Was meint ihr? Er hat gesagt, er legt den Ski schon in den Hosen. Ja, das ist ja alles Bestens. Gehen wir. Wartet auf mich, ich habe noch... Meine Bindung ist, glaube ich, kaputt. Du musst den Stock von den Skischuhe nehmen. Was muss ich? Ja, super, ich bin bereit. Das ist jetzt eben die eigene Nordwand, oder? Ja, er ist noch etwas grösser vorgestellt, muss ich sagen. Ja, super. Ja, finde ich gut. Lass uns rein. Nimmst du mir weg an die Bierflasche, das ist super. Acht hier, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem könnt ihr nicht einmal Klausi-Pätsch ins Beglum einbringen. So, Boss, gemäß das Stupf-Druckchen für euch. Oh ja, Stupf, finde ich gut, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Hast du mir schon ein bisschen mehr? Ich bin Zürcher, komm. Was ist das? Überstausch, du. Komm, mach mir mal ein, ich bin Zürcher, komm. Komm. Oh Gott, du. Ahaha, jetzt machen wir eine Talabfahrt, ich alles hier. Komm, wem mir fahren. Komm, du bist doch wenigstens Klausi-Talabfahrt. Jetzt. Sie ist ja nur erst Grieses träumlich sind. Freunde sind ja doch so schnell für dich. Hammer, oder? Das Grindelwald hat sogar UBS. Gut, hauptsächlich ist das Zöl. Wow, 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 wir sind den ganzen Tag unterwegs und die zwei Grindelwalder haben das, was wir nie haben. Ich verstehe den Gang noch nicht. Ich auch nicht. Jetzt haben wir dir den ganzen Tag gezeigt, wie man sich als Einheimischer als Grindelwald zu benennen hat. Und jetzt kommt die Meisterbriefung. Richtig bestellen auf Grindelwald-Teatsch. Ihr Binta bei Rotwatch. Das kommt nicht gut. Ich hätte gerne ein Tag-Süppchen zum Vorspeis. Danach nehme ich gerne ein Cordon Bleu mit Pommes frites. Und zum Dreihen kann eine Stange. Ich bestelle auch gleich das Dessert. Dann nehme ich dir ein Minenka und ein Café mit Pätsi. Das war ein grossartiger Tag. Ich fühle mich schon fast als Grindelwald. Wenn du nachher genug bist, können wir noch in die Hallibar und das Tanzbein schwingen zur Nachtbriefung. Das ist auch vorsichtig. Ich bin doch nicht umvorsichtig. Nein, aufversichtig heisst gut. Aha. Das ist auch vorsichtig. Liedsru Public. Mir ist ein Gemengler. Gibt einen Gartenland und ist schön im Gründelwald. So fahrst du mit dem Sessel im Biss. So fährst du über das Land, über das Felsen, über dem Wald. Ringsum ist eine Höhe Berge, all mit Gletscher und mit Schnee. So etwas hast du mit dem Sessel im Biss. Jetzt musst du schauen hier unten, Zürich, super geil! Ich hätte gerne ein Tagessippchen für Vorspeisse. Ja, ist nicht gut. Du musst noch eins? Ja. Ich hätte gerne ein Tagessippchen für... Ah... Anders gesehen! Anders gesehen! Habe ich alles vom Fitti-Druck? Was hast du am Standtisch? Was hast du am Standtisch? Wir haben das nicht gesagt. Immer den neuesten Scheiss. Was soll ich sagen? Und bitte? Was muss ich sagen? Drei Hülsen! Steppen, selber ein bisschen Hülsen. Drei Betten! Du musst doch immer, ich bin Zürcher, komm! Aber du willst schon, dass man mit der linken Hand schmackt? Oh! Hahaha! Hahaha! Du musst doch immer, wenn du mit der linken deed bist. Ich Untertitelung des ZDF, 2020